Dieses zu erwerbende 15 Zimmer Einfamilienhaus liegt in Massain. Das im Jahr 1955 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1040 m² bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 350 m². Das Objekt steht für ca. 166.600 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.